Das, das muss der Mottenmann sein. So ist es. Das, das ist der Mottenmann. Ob ich mich scheiße verhalte oder nicht scheiße verhalte. Es gibt den... Es gibt den... Es gibt den... Euch kein Recht, mich jeden Tag abzufacken. Es gibt euch kein Recht. Und ich's mir scheißegal, wenn ich euch nicht bannen kann. Weil ich moralisch nicht stark genug da bin, Alter, um die Leute zu bannen. Da mach ich jetzt ab und rein oder so. Ich kann es einfach nicht mehr. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Bitte lasst mich in Ruhe. Macht einfach keine Accounts mehr. Macht den Stream aus für immer. Schreibt nie wieder in den Chat, Digga. Das ist doch das Einzige, was euch was bringen wird. Ihr wollt, dass ich aufhört zu streamen? Ihr wollt, dass ich mich ändere? Macht für immer den Stream aus. Schaltet nicht mehr ein. Ohne Scheiß, Mann. Es kann doch nicht sein. Entweder ihr schaut mich normal und lasst mich in Ruhe. Oder ihr könnt euch benehmen. Mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. Muss man hier wirklich immer so machen. Digga, lass mich stecken mit deiner Community. Digga, meine Community ist Rotze. Digga, guck dir die Videos an. Guck dir den ganzen YouTube-Track an. Guck dir diese Discord an. Digga, das ist nur Scheiße, Digga. Das sind alles Kinder. Meine Community ist der blanke Horror. Kotze, Hetze, Mobbing, Beleidigungen, Doxing. Beleidigungen. Nur verarsche. Hier ist keinerlei Menschlichkeit in dem Chat, Alter. Außer vielleicht von 10%, 90% hier schreiben. Ich fühle Rogue. Wir können ihn töten. Er ist da, er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da so schwer. Er ist so einfach. Jesus. Nein, ich bin raus hier, Bro. Ich bin. Ja, das ist okay. Es ist so fucking chaotisch. Ich CBA das. Es geht nicht darum, Mikos. Ja, es ist fucking... Mikos, du weißt, was talking ist und nicht yelling? Ja, ist das der Punkt, wo wir eine Kappa haben? Nein, ich frage dir eine Frage. Was ist die Frage? Kannst du sprechen und nicht grünen? Ich kann sprechen. Der Punkt ist, wir brauchen keine Menschen, die keine Erfahrung haben. Wir bekommen einen zweiten Lock, was der FK in dem Spiel. Er ist allgemein muted. Aber ich habe das jetzt gemacht, also muss ich gehen. Ja, Jason geht um auf Highlight oder so. Ja, der ist natürlich schon raus. Ja, weil der kein Bock auch sowas hat. Ich bin aber erst bei meinen Rogue spielen. Hau rein. Keine Ahnung. Irgend, irgendein Team. Mikos, wir stoppen oder was? Ich reforme. Unser DK, warum hast du keinen Schaden? Ja, okay. Keine Antwort. Digga, kannst du ja nicht gewinnen, Digga, mit Leuten, die hier so viel Damage haben wie... Der DK von denen macht fast das dreifacher wie unser DK. Ja, wir wippen ihn in der Mitte und du trinkst, Mann. Das ist nicht normal. Du hast Kuldeungen, du kannst nicht trinken, wenn du Kuldeungen... Okay, ich bin okay. Du willst mich zu heilen mit 400 Mä? Ja, dann trinkst du, wenn er unten ist. Danke, mein Schaden. Ja, ich weiß nicht, er ist ghosting. Er ist ghosting. Er ist nicht ghosting, Bumi ist da. Ja, er ist ghosting! Nein, Bumi ist schaden. Ja, dann warum hast du Hilfe gegen ein Tank? Ich habe nicht Hilfe. Spin, 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 push in. Wir haben die Flagge. Nice, wir haben die Flagge. Wenn du mir trinken kannst, Mann. Ich bin nicht Clashter. Mann, Mann, du musst Mala. Ich muss... Okay, okay, nächste Mal, wenn du keine Mala bekommen, jump down, okay? Jump down. And then you down and you get Ray Spawn full mana. Don't drink. 20 minutes. We wiping all time by the rogue inking random a base and my pala defending. I don't need double, Mann. Grab the priest, grab the priest, bitte. Ja, ja. Warte, ich bin jetzt close noch. Ich laufe drauf, du siehst du. Können wir? Ja, go, go, go. Go, go! Der Max range, der Max range, der Max range, was soll ich denn tun? Was? Das ist so schlecht. Come on, come on, come on, come on, come on down. Here, dude, here, dude, here, dude, fast. Here, dude, fast, here, dude, fast. Here, dude, fast, here, dude, fast. And loot corpses. Nein, ja, kehr auf den Tank, den Tank, der gleich kommt, müssen wir knocken. Go, go, loot, DK, DK, du musst incident den Tank grippen, wenn der kommt. Go, rip, spam Cap Healer, spam die Flagge, spam Flag, du musst den Tank, ja der Tank kommt gleich, der Tank kommt gleich, du musst grippen, der Tank wird gleich aufpoppen, komm. Ja, ich gucke doch, wo ist. Gripp den Priester, gripp den Priester. Jetzt. Go, ist unten. Oh, Dicke, der Tank ist da, ja. Ja, ist egal. Wir sind den Priester noch. Ja, das war's, Luz, das ist Luz. Wie gesagt, kannst du die beiden Priester bedanken, die das ganze Game geflogen sind, weil sie es nicht richtig stellen können, weil sie nicht in der Lage sind links und rechts in der Mitte zu stehen. Genau, das ist das Problem, Alter. Ja, das ist das Problem. Ja, guck auf die Punkte. Dem ist ja nötig. Man kann nicht gewinnen, Alter, wenn sich zwei Priester in zwei, drei Mitte, five, zwei... Ja, dann muss man halt mal gucken, wenn der sich hinstellt schon, der D-Canner müsste, den halt stunnen oder was. Keine Ahnung, wenn ich da grippe... Ja, ja. Was hat das mit dem D-K zu tun? Was hat das mit dem D-K zu tun? Ja, ja, ist schon egal. Ja, sag, was das mit dem D-K zu tun hat. Ja, kann ich... Der D-K, der rennt raus, der D-K, und dann sieht man das eigentlich schon, dass der halt da grippen wird. Und wenn der mich halt grippt und, und instant der Bob kommt, was soll ich da machen? Ja, aber der Nockt, pass auf, der Nockt, der Nockt, der Nockt mit dem Priester. Ich will, dass du mir gar nichts sagst, ich will, dass ihr genau das macht, was ich sage. Echt, manchmal denke ich wirklich, ich muss in den Klapse, Alter, bei denen ich rumschreie, Dinger. Wer gerade reingekommen ist? Die Jeffrey, das ist Jeffrey. Ja. Ich bin Brinkmann, das ist richtig. Okay. Pass auf, Jackson. Ja. Ich mache es kurz und schmerzlos. Aha. Wir haben uns heute entschieden, beziehungsweise ich war auch der Meinung, dass zu viele Beschwerden über dich reingekommen sind. Aha. Und der Weg im LS-Platz hier beendet ist. Aha. Ich bin, ich, ich... Ich hab nicht mal ne Hose. Ich mein, ich... Ich hab nicht mal ne Hose... Wie sind das denn, nen Waffenschein äh... Hallo. Ich hoffe du nur 90k hast. Hallo. Hallo. Ich wollte ganz schmerzen... Haben Sie mal ein bisschen Geld für mich? Na, wir haben alle kein Geld. Was? Sie tragen ja nicht... 500.000. Woher wissen Sie, dass das doch 500.000 kostet? Das habe ich vorher rausgefunden. Dicker, du trinkst nur hoch. Der Herr links neben uns trinkt genau dasselbe, nur mit Linien. Ich schwör, du hast mal Geld, Alter. Gib mir mal ein bisschen Geld, ich brauche Geld, Alter. Ich habe mir das Geld zusammengeschnurrt, ja. Ich habe 20k. Gib mir das 5 mal 10, ich gebe dir 5. Guck mal, bei Taxi Jack Webster, ihr könnt mich rufen, wenn ihr mich braucht. Preis ist 300 Dollar. Mich auch, ich komme mit meinem Fudgeroller. Ich muss mal was fragen, Alter, Moment. Ich bin nicht mehr Polizist. Könnte ich bitte wissen, ich muss was fragen, Moment, Alter, ich muss telefonieren. Bist du mit einem Auto vielleicht ein Stück? Ich habe nicht mein Auto, ich habe nur Burritos. Ähm, ne Waffe? Ne, ne Waffe, brauche ich nicht scheiße. Ich habe auch keine Waffe, ich habe nicht meine Waffe, Alter. Ich brauche Geld. Ja, und ich brauche einen Job. Das ist Last Game für mich auf jeden Fall. Verarschst du mich, Alter? Nein. Was für Last Game, warum? Ich muss dann... Wir haben eine halbe Stunde auf dich gewartet, Alter. Und jetzt ist Last Game. Ich habe doch gerade einen Ersatz-DP. Hättest du nicht gerade von 10 Minuten, wo ich Leuten abgesagt habe, sagen könnte, machst du noch Last Game? Weiß ich nicht, ich habe das nicht mitbekommen. Ja, war es wieder rauchen oder so. Ich rauche nicht, Mann. Rauche, aber ich habe es nicht. Was soll das? Genau, Marty. Du musst zu wissen. Ich darf nicht, ich habe keinen Block, Mann. Ja, ja. Lass den Priester aber machen. Warum wipen wir denn? Die Kommission, redet doch mal. Please speaking. Das Geistes Shit. Why are we wiping? Ich bin gespannt, wer schon noch ist. Double Defend. Was ist denn Double Defend? Wir gewinnen die Rage, Alter. Wir verlieren die Rage. Ja, weil es nervt, wenn man Leuten eine Chance gibt, dann der trollt. Das macht aber keinen Spaß. Hat er mir gar nichts gemacht, jetzt. Nein, das gibt's auch. Digga, der drückt nur Sternenregen, der benutzt keinen anderen Button, Digga. Der drückt nur Sternenregen. Aber du musst ja auch noch. Nein, Digga, der drückt nur Sternenregen, gar nichts anderes. Ist doch egal, jetzt. Ah, Digga, ich müde den, Digga. Ich hau ihn hier weg. Ich port ihn hier weg. Ja, Ink, Ink, meins, meins, meins. Ja, wie gesagt, Aufgabe der Heiler. Aber ich habe es noch gecallt, dass die alle in Stay sind. Aufgabe der Heiler. Wir haben es gestern, gestern hatten wir das Thema Schombas. Es ist die Aufgabe der Heiler zu sehen. Wir sind beide Druids hier. Ja, der wird hier so gehen. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Wie gesagt, es ist eine Aufgabe der Heiler, dafür sind die da. Ja, der hat die Miene verloren jetzt. Ja, Digga, ging es nicht. Es sind drei Leute, Alter. Länger kann ich das nicht halten, wenn die Leute nicht reagieren. Wenn ich sage, drei Leute sind es Stealth. Ich habe es halt gecallt, bevor die hier geingt haben. Digga, Alter, das ist nicht wie gesagt. Keiner reagiert. Es reagiert keiner, weil bei alle drei Heiler wieder gemutet sind. Aber ihr seht doch, dass da kein Damage reinkommt. Dann ruft doch mal, Alter. Wenn da drei Leute mich inken. Krass. Kann man so blind sein. Das ist doch keiner. Rafts reicht ja, auch wenn irgendeine Idee gekommen wäre. Ja, wir können es wiederholen. Wenn ich irgendwann eine Heiler zur Mine schiebe, die beiden Priester. Oder wollt ihr noch ein Pygnet machen am Wasserwerk. Also, was ist ehrlich, ich sage das nochmal. Ihr wollt nicht, dass man Flamed, dass man Rage. Wenn ich nochmal sehe, dass bei 34 DPS die Fans zwei Heiler am Teamfight sind, schweiß ich alle drei Heiler raus. Mit dem scheiß Team kommst du nicht hoch? Ich glaube nicht. Ja, ich sage es jetzt ein letztes Mal. Sollte das nochmal passieren, dass zwei Eulen und ein Rogue im Stale sind, Alter. Und bei alle drei Heiler Wasserwerk sind, werde ich euch alle drei Wunsch von dem Disco kicken. Habt ihr das alle gehört? Haben das alle drei Heiler jetzt gehört? Aufsprich nicht die Playsen. Okay, das war Serious. Das letzte Game, das ich mit dir spiele, weil ich die Schnauze so voll habe und deinem scheiß Toxik geflame. Was für Toxik geflame. Egal, man darf wenigstens einmal. Ja, ich enrage, ich enrage. Mach doch nicht immer einen auf Opfer. Du stellst dich immer als Opfer dar. Was für Opfer? Ich rede nicht von Opfer. Oh, man kann mit dir nicht reden. Lass einfach Fisch sein. Ja, ist okay. Genau, fangen wir alle anderen an. Genau. Komm, ich gehe auf K. Mach was man wollt. Ja, mach. Ey, ich gebe dir einen Tipp und du ignorierst diesen Tipp. Genau wie Avi und der Parla. Sie sagt dir doch auch was zu deinem Verhalten. Sie sagt dir doch was zu deinem Verhalten. Ja, weil sie mir den Spaß am Spiel nehmen. Ja, genau. Warum zum Fick wird wieder geschrien? Jetzt heißen wir alle anderen. Ich habe dich immer voll supportet. Ich stand immer hinter dir, okay? Und du bist wieder der Arme. Was für der Arme. Ich sage, ich sage, vier DPS fehlen. Wie jetzt zum Beispiel, immer noch drei Heiderwasserberg. Warum schreist du? Weil die Leute mich immer verarschen wollen. Die sind alle Mine. Ihr Out. Ich sage es überhaupt nicht. Ich meine, ich weiß nicht. Egal, Mine ist wieder weg. Ihr seid schon ein bisschen dumm eigentlich. Bala ist, und Chia steht wieder Wasserberg. Obwohl Mine fünf Leute sind. Sechs, sieben Leute, Mine ist weg. Mine ist weg. Mine verlieren wir erst. Ich stelle die Heiderwasser. Du hattest den ganzen Werk. Geh Mine. Jetzt hast du Minkern. Da waren doch acht Mann. Was ist dein Problem? Geh weg von Wasserberg. Wenn die sich da lösen, wir nicht in Schuld, weil ich im Death stehe oder was? Du bist kein Defender. Okay, Wasserberg und löse dich von der Mine. Ich muss sagen, die Leute spielen schon ein bisschen wie eine Schippe Dreck hier. Das ist schon geisteskrank irgendwie. Was macht der mich an, dass ich jetzt hier stehe, wenn da acht Leute stehen? Ich stehe die ganze Zeit. Weil man nicht mit Doppel-Dev-Deffen muss Wasserberg. Man muss doch nicht... Schöner ist dann. Schöner ist dann. Der ist tot. Ich kriege sowieso nichts mit. Mein Gehirn blutet, weil der so geschrien wird. Ja, das ist echt. Ich bin auf 1-8 gegen irgendwelche Bananen. Ja, weil wir drei Heiler haben, die alle gemütet sind deswegen. Ja, aber du änderst doch nicht, wenn ich die andere holen. Ja, okay, dann mühde ich mich auch. Ja, was bringt das dann? Digga, hörst du nicht, wie die DPS alle sagen, dass die Heiler schlecht sind? Ich höre gar nichts, weil du nur schreist. Okay, hier, dann mühde ich. Dann hörst du mich gar nicht mehr. Also wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht Biene kommst, werden wir Biene verlieren. Wenn du jetzt nicht Biene kommst, werden wir Biene verlieren. Warum geht unser Priest dann nicht rüber, Alter? Mein Gott. Unser Druid kann halt hier bleiben. Druid, stay here. Er, 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 stay here with me. Ja, dann geh halt. Egal, wir werden Biene jetzt verlieren. Wie gesagt, weil rumgetrollt wird. Auch so leicht, ja. Ja, gar nicht. Ich hab noch ein letztes Mal, wenn ich tap den Urlock dann. Wie gesagt, wir sind selber schuld. Wenn es einer verdient hat, dann echt unser Priest wird. Ihr seid so schlecht, das ist krank. Weil die Leute nur mit Leuten spielen können, also die Multijod da sind. Sobald sie mit Gleichgesinnten spielen, läuft es nicht mehr. Ja, bist ruhig. Egal, bist ruhig. Ich mute dich einfach. Heile einfach. Ja. Ein Bumi kommt hier. All auf den Mage. Es kommt gar nicht mehr. Ja, ich bin auch die Leute. Ja, die andere Eule braucht zu lange. Ghost in the base. Egal, weil ich auch aus dem Discord. Kein Bock auf solche Leute. Warte noch, warte noch. Warte noch nicht, noch nicht, noch nicht oben. Noch nicht, ich glaub ich einfach, wie wir uns gehen die Leute machen. Ja, der Duel ist da. Down, Mann. Okay, die Eule, der Rogue, der Rogue muss nach Kloge fallen. Ja, ja. Rogue ist zappt. Egal. Egal, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, ich sage, ich sage, ich sage, warte, ich sage, warte und du openest den Rogue. Warum? Ich wollte den Rogue aus dem Stealthorum, wenn der dich zappt. Wir haben doch keine Zeit dafür. Weil ich den Ued halt noch nicht gesehen. Ja, und das meine ich. Ja doch, weil wir den haben wir ziehen. Ich hole den Rogue raus, wir ziehen den und tepp mich. Nein, kannst du nicht, weil du nicht mitdenkst, weil ihr alle nicht mitdenkt. Okay, wen hast du bei Wasser weg getötet? Zwei Boomer habe ich da getötet. Okay, wo haben die Leute respawn, wenn man sie Wasser weg tötet? An Lighthouse. Okay, also wenn du Leuchtturm kommst mit der anderen Eule und da der Rogue ist, der defendet und ihr vorher zwei Boomies gekillt habt, wo der respawn-time auf der Linkzeit... Den einen habe ich doch erst vor drei Sekunden gekillt, Digga. Ja, und wie lange dauert der Reds? Wie lange dauert der Reds? Und wie lange brauchst du vom Wasserwerk zum Leuchtturm? Ungefähr? Ja, noch viel länger, ne? Der war ja noch nicht da, von daher bin ich auch so ausgegangen. Ich habe ja den anderen Boomies noch auf dem Weg zu Leiter. Nein, du sollst nicht denken! Du sollst das machen, was man euch sagt! Mann, es macht keinen Spaß! Ihr ruiniert mir den Abend! Jedes Mal, wenn man RBG spielt, kann man nicht spielen, weil ihr nicht macht, was man sagt! Ihr schafft es nicht, zuzuhören, was man sagt! Du lost, Mina, weil du als Rogue auch wieder gefehlt hast, auch wenn die Priester auch gefehlt haben. Ich bin schuld, dass wir Mine verloren haben. Na, egal, egal. Nein, die Priester sind mit schuld. Aber du, wie du rausgeholt wurdest, das ist dein Fehler, weil du gefehlt hast. Es war nämlich kein Tank, es waren zwei Eulen. Und du hast dich durch Raw rausholen lassen. Und du musstest dann direkt trinken. Zwei Eulen und der Rogue. Ja, ist egal, zwei Eulen und der Rogue. Die haben keine Inka! Digga, wenn ich aufs Max-Range rappe und der andere in dem Moment Raw use, was heißt denn da gefehlt? Du blindest in den Obener, du blindest in den Obener. Uff, Hunter ele. Ah, der hat ein Grounding, Mann. Ich hasse Charmy mit Grounding. Ich habe 1,7 jetzt, Alter. Ich brauche 1,8, Alter. Digga, ihr habt... Ja, was machen meine Leute das ganze Game über? Die sind schon wieder... Er sitzt nur in der Trap drin. Der Charmy muss um an der Trap ground, Alter. Ich kann nicht 1 Damage machen hier gerade. Die sitzen nur in meinem Arsch. Da muss der Charmy immer was machen. Ich kriege ja gar nicht. Meine ganze Kulau das Laufen ist leere. Das kannst du halt so knicken, ne? Der Wörter, die ganze Zeit. Mein Control Trap, GG. Das Game ist los, keine Ahnung. Ja, lass so... GG, er kickt nichts. Der Charmy kickt, unterbindet nicht 1 Damage Pull. Okay. No Grounding Trap. No Kick Lasso. Mann, hilf mir doch, Mann. Das kann doch nicht... Digga, 2 Charmy, 5 Mal Grounding, 5 Mal Die, 5 Mal Das, Alter. Ja, port mich hin und her, Digga. Dreckiges... Ja, jetzt habe ich noch Kopfschmerzen. Nice, gutes Game, Digga. Digga, Mann, lass doch doch mal den Lock zum Henker. Worauf willst du denn gehen, Digga? Die grounden hier all mein Damage weg, Digga. Und ich kann nichts machen. Ja, ich bin down. Mein ganzer Damage wird dauerlich gehen, abgeblockt, Digga. Ja, weil ich kein Team habe. Ja, okay. Also bist du dann also theoretisch einer der Besten gewesen, nehmen wir nur auf letzte Season, ja oder nein? Von den Leuten, die random gespielt haben, ohne Team auf jeden Fall. Warst du einer der besten Arena- oder AirBG-Spieler in der letzten Season, ja oder nein? Weil ich, nein, vom Rating her nicht. Ja, dann ist, das ist die Frage beantwortet, Punkt. Nein. Nur das zählt, nur das zählt, nur das zählt. Ohne Team kannst du auch nicht höher kommen. Wie ohne Team kannst du nicht höher kommen? Ich war auf Holtan und hab mich gesittet. Wollen wir mal keinen Bock mehr, weil es macht einfach keinen Spaß. Die Leute in dem Game sind einfach so eingebildet geworden und so besser. Du kannst nicht zocken, Digga. Du kannst nur PvE spielen. Du kannst gar nichts anderes mehr spielen. Das ganze PvP-System ist im Arsch, Digga. Die Leute sind so abgefuckt, dass nur für sich gezockt wird. Du schaffst es ja nicht mal zehn Leute ins Voice zu kriegen, die reden können. Im Tool. Ja. Kannst du nicht da auch denken, ne? Klar, ich suche eine Stunde, Digga, und stell mich dann noch mal eine halbe im BG immer hin, Alter, und Deffe. Während man verliert, weil man wieder kein Target-Call hat und mit untergierten Leuten spielt. Richtig, ist ein guter Plan, hab ich richtig Bock drauf. Ja, ja. Haben doch alle Gier hier, oder nicht? Ja, genau, haben alle Gier. Kackmaster 220, ist kein Gier. Kein Armer Scheichs inzwischen hat mit seinem Priester. Kein Rook ist hier, Rook ist hier, komm, 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 wir lösen es. Nächste Mal komm, komm, wir lösen es fast. Ja, wir lösen es jetzt und jetzt lösen wir den Spiel. Punkt. Okay, ich lebe ihn, ich lebe ihn nicht. Okay. Thanks for coming, man. Have I not played by the DH, was is not learning English in the school. Double Red one is muted in-game and not learn English in the school. No, 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 do not. No, 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 no. Don't care. Don't care. Don't care. Don't care. Mute. Deutsche, Red, der kein Englisch kann Glückwunsch DH, goodbye Mute again, ignore calls Oh, useless No, I don't play by these guys We losing the game for free, but he not can Doing a job, I calling what he need to All and the people cannot do this Go lock No, I telling No, it's a troll I tell it in the start, ignore whisper Okay, Restro Shaman Hello, Shadow Do a dot on him or so He not dispel Ah, whatever, don't care I leaving I not play I don't try hard by these guys, man Don't care I not boosting the people for free Maybe you going Torgas also for learning your class for this damage spells Sorry, man, but we play now in the middle A mage for the spamming Mage, you get a microphone, yeah? Yeah, okay Shadow priest, what is your mission? Nah, he's Yeah, we couldn't, we couldn't No, 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 no Man, no, I am a streamer I am speaking only voice Man, holy shit, man Man, I never understand why you, when you trust people Can you calm down, man? No, this is a level, yeah, a level one, a level one character It's really for you It's loud, it's loud Yes, actually, oh, but we lost game, why you let you fake that level one character? Why you inked Lumbom? Hello Well, it's a level It's exactly And stop, do me a favor and stop this streaming Because people are writing us to do stuff and this mind, like, just confused people We don't need play Truth, truth, get down back to BS to me, please Wir brauchen nicht spielen, wenn hier fünf Leute alle Base linken gehen, jeder einzelne, was sind das für Leute, was denken die sich dabei? Hast du mir gerade zugehört? Nein, ja, ich habe dich zugehört. Oh, Leute, schreib uns. Leute, schreib uns. Leute, schreib uns. Wir haben zwei neue Leute, die dich nicht hörten, wenn du es nicht hörst, wenn du sie ignoriert hast. Ich spreche am Anfang, was wir tun. Wenn du diese Beweise nicht folgst, ist das nicht mein Problem. Gut, aber allgemein, ich sage dir jetzt so, ich könnte zum Beispiel einen Heiler holen, der gut ist, der auch Dissi spielt, zum Beispiel. Ich hole Dissi und packe den hier rein und der heilt solche Teams teilweise alleine. Du, ganz ehrlich, also, continue oder nicht? Wenn ich jetzt ein Zeitgames hatte oder was, pöbelst du mich immer an? Ey, jetzt reicht's, es ist jetzt Ruhe her. Was für anpöbeln? Wir stehen weiter. Alter, ich muss jetzt mal wirklich rein, es reicht jetzt. Ey, was, 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 warum, wo, wo, hast du Spaß am Verlieren? Es, nein, es reicht jetzt einfach. Er beantworte doch mal bitte die Frage. Wir sind keine 2.2k Gruppe, verstehst du das? Ja, aber das hat doch nichts, das hat nichts, das hat nichts. Wir rounden hier an 1.1. Verstehst du? Das hat doch nichts damit zu tun, man muss doch nicht, man muss... Das ist doch einfach sein, nicht jedes Game ist dasselbe. Mein Gott, manchmal bist du scheiße positioniert, dann machst du keine gescheiten Heals, so ist es halt jetzt einmal. Das war ein scheiß Game. Ich habe auch nicht Bescheid für ihn jetzt. Ja. Beruhig dich doch einfach mal und... Ich bin, ich bin, ich bin doch absolut ruhig. Das Problem ist, sie kommen nur nicht mit Kritik klar. Also... Du bist nicht ruhig, Alter. Ja gut, ne, gut, okay, und dann, ja gut. Weißt du, ihr sagt, ihr sagt, ich bin nicht ruhig. Ja, hör, hör doch mal im Game, hör die... Guck mal, ich streame das alles, ja? So, und man kann sich das Replay angucken und ich sage dir, ich sage dir, und das ist ungelogen, ich habe in allen Games, die wir heute mit dem gespielt haben, ihn nicht einmal richtig im Voice gehört. Naja, antwortet doch mal da drauf. Will da jemand helfen und du willst dir die Hilfe nicht an? Warum nicht? Ja, ähm... Ich finde, dass das einfach gerade übertrieben ist auf 1.1. Sorry, also auf 2.2 würde ich es jetzt verstanden, aber auf 1.1. Sorry man, das ist Anfang der Season. Es geht doch nicht um Anfang der... Es geht doch hier nicht um Anfang der Season. Welches Rating hast du dann nur gespielt, letzte Season? Wer ich? Ja. 2700 und ich habe dann wieder runter gespielt, weil ich Mühe umgespielt habe. Ich hatte 2657, Alter. Ja, das ist nicht 2700. Ja, und du hast auch noch 26 gehabt im Fireframe. Ja, ich habe den Hut da. Morgen. Ja, jetzt halt bei der Gezitter hast du Schlinge. Haben sie mich gekickt, Alter, holy shit ist das krank. Oh, ich muss hier snipen. Da muss ich... Das muss ich einfach machen. Äh... Sollen Zähne sauber blitzen, muss die Bürste ran. Dort, wo du kaufst, richtig putzen, ist als erstes dran. Mit den Borsten Bürste feste oben auf dem Zahn. Zucker, Krümel, Essensreste greifen Zähne an. Und jetzt kommt der Oberkiefer putz auf oben gut. Wieder zuerst dort, wo du kraust, weiß dem Zahn gut tut. Jetzt geht's weiter putzeweise an der Wand vom Zahn. Deine Bürste macht hier Kreise wie ne Achterbahn. Zwischen Zähnen, da versteckt sich gern ein kleiner Rest. Von dem leckeren Mittagessen und der setzt sich fest. Zähne, Brusten macht mir Spaß. Mit... Musik. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017